Ich wusste, dass es lebensgefährlich war, doch ich musste etwas tun. Also schrieb ich auf, in welchen Punkten die Kirche im Unrecht war. Es wurden 95 Thesen, die schickte ich an einige Freunde und an den Erzbischof von Magdeburg. Ein Exemplar habe ich dann in Wittenberg an das Tor der Schlosskirche genagelt, um es mit den Professoren sowie meinen Studenten zu diskutieren. Doch mit dem, was dann geschah, hatte ich nicht gerechnet. Diese Thesen wurden ins Deutsche übersetzt und gedruckt. Zu früheren Zeiten wäre so etwas nicht denkbar gewesen. Die neue Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern machte es jetzt möglich. Ich glaube, dieser Luther ist lebensmüde. Aber recht hat er. Meine 95 Thesen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Jeder diskutierte mit. Doch als der Papst davon erfuhr, war er sehr verärgert und ließ mich von Kardinal Cayetan in Augsburg verhören. Wie kannst du es wagen, in Frage zu stellen, was der Papst befürwortet? Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es in der Bibel anders steht. Du machst uns Ärger. Auch der Papst weiß, was in der Bibel steht. Und er wird seine Gründe haben. Nimm alles zurück, was du geschrieben hast. Sonst werden wir dich als Aufrührer und Ketzer aus der Kirche ausschließen. Und er möchte auch nicht sagen. drilled den Tor auf den тот e superstigen Klingendräptchen zu lesen. mest du gerne den? Und ich glaube, deswegen willst du nie den? Und er in der Bibel, aber Groen war. Ich würde immer einfach nur den smelligen Kletzer, Aber das könnte so ein bisschen tunken. Ich würde ganz clear garantiert.